Das SEA Open Air 2013. Erleben Sie die SEA live in Ihrer Heimat beim großen SEA Heim Open Air am 3. August 2013 in Grundlsee. Mit dabei unter den musikalischen Gästen der italienische Weltstar Umberto Tozzi mit Band und seinen größten Hit. Sowie Österreichs Austropop-Legende Wolfgang Ambrose. Durch das Programm führt EAV Frontman und Dancingstar-Moderator Klaus Eberhardinger. Das SEA Open Air am 3. August 2013 in Grundlsee. Informieren Sie sich unter www.desea.at und sichern Sie sich jetzt Ihre Karten bei E-Ticket und allen Libro-Filialen. Präsentiert von der Kronenzeitung.